Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Jonas R Kanal. Heute soll es noch ein weiteres Mal um das ganze Thema Juicy Feeds gehen. Denn nicht nur hat Juicy Feeds neue Mails verschickt, sondern mich haben auch sehr viele Kommentare und DMs erreicht von Zuschauern, die meinten, ich habe diese Mail gelesen, habe nun wieder neue Hoffnung, weil darin wird komplett erklärt, was in den letzten Tagen passiert ist und warum das in der Form passiert ist. Und ich bin mir nun ziemlich sicher, dass ich mein Geld wiederbekomme und dass es sich bei Juicy Feeds um keinen Scam handelt. Und das will ich natürlich nicht völlig unkommentiert so stehen lassen, habe mir die Mails deswegen mal angeschaut und werde euch das Ganze heute mal zusammenfassen und meine Meinung dazu sagen. Natürlich ist mir aber auch bewusst, dass es unter meinen Abonnenten einige Leute gibt, die das ganze Thema Juicy Feeds überhaupt nicht mehr hören können und deswegen einmal an euch die Bitte, wenn ihr es wirklich nicht mehr hören könnt, dann lasst das heutige Video einfach mal aus. Ich verspreche euch, es wird in den nächsten Wochen auch wieder um ganz andere Themen gehen und trotzdem werde ich mich auch versuchen, heute mal etwas kürzer zu fassen, denn auch ich habe wirklich keine Lust mehr, irgendwelche 10 Minuten plus Videos zu diesem Thema zu machen. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir auch gar nicht mehr Zeit, sondern schauen uns direkt mal die erste Mail an, die an die Juicy Feeds Nutzer rausgeschickt wurde. Und so sah das Ganze aus. Das hier ist der Inhalt der ersten Mail, die mich erreicht hat. Erreicht hat sie mich zwar auf Englisch, ich habe die Mail aber einmal in einen Übersetzer gehauen, der seinen Job meiner Meinung nach auch ziemlich gut gemacht hat. Somit sollte nun auch wirklich jeder meiner Zuschauer das alles hier lesen und verstehen können. Und im ersten Teil der Mail geht es darum, dass ein sogenannter Feldrich, Graf von Luxburg, vor etwa einem Jahr auf Juicy Feeds zugetreten sein soll und denen Hilfe angeboten hat bei deren BaFin-Problemen und bei der Erstellung des Prospektes, welches nun mal in Deutschland benötigt wird, um den regularischen Richtlinien zu entsprechen. Diese Hilfe hat Juicy Feeds dann wohl auch dankend angenommen und den Grafen sogar noch 100.000 bis 300.000 Euro pro Monat für seine Hilfe gezahlt. Mit der Zeit soll der Graf dann aber angefangen haben, seine eigenen Machenschaften zu betreiben und hat so zum Beispiel die Juicy Holdings BV in den Niederlanden gegründet und jemanden, der komplett unter seiner Kontrolle stand, dort als Vorstand eingesetzt. Später soll der Graf dann die Kontrolle über diese niederländische Juicy Holdings BV in die Hände der von ihm in der Schweiz registrierten Gesellschaft Juicy Feeds AG übergeben haben. Und das wird hier zwar gar nicht so direkt erwähnt, doch anscheinend konnte er dann die Leute von Juicy Feeds davon überzeugen, von nun an ihre Arbeit im Namen der von ihm gegründeten Juicy Holdings BV weiter fortzuführen. Denn immerhin, und das wissen wir auch alle, stand die Juicy Holdings BV irgendwann auch im Impressum der Website oder auch zum Beispiel in den E-Mails. Im nächsten Step soll er dann auch noch versucht haben, die Bankkonten in Zypern, also das gesamte Geld zu übernehmen und das sollen dann die Tage gewesen sein, in denen alles bei Juicy Feeds drunter und drüber ging. Falls du übrigens nicht wissen solltest, wovon ich hier spreche, dann schau gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, da verlinke ich dir mal mein Video zum Untergang von Juicy Feeds und da habe ich genau erklärt, was in diesen Tagen so alles passiert ist. Die Bank in Zypern und Juicy Feeds sollen es dann aber erfolgreich geschafft haben, um diese Aktion vom Grafen zu verhindern und als Folge dessen wurden dann wohl wegen den ungewöhnlichen Aktivitäten die Bankkonten eingefroren und auch Juicy Feeds selbst haben aus Sicherheitsgründen ihre Arbeit erstmal auf Eis gelegt. Im restlichen Verlauf der Mail wird dann nur noch davon gesprochen, dass also alles die Schuld von diesem Frederich Graf von Luxburg sein soll, dieser ebenfalls auch falsche Informationen verbreitet haben soll, die Bankkonten aber weiterhin gesperrt sind, und Juicy Feeds aber voll und ganz mit den Finanzfahnden und Finanzinstituten zusammenarbeitet um dieses Geld wieder freizugeben. Außerdem wird auch noch davon gesprochen, dass ein formelles Verfahren zur Rückerstattung der Gelder an die E-Grower eingeleitet wurde und dass weiterhin im September die neue Juicy Feeds Plattform online gehen soll. Soviel nun also erstmal zur ersten Mail und schauen wir uns nur nochmal die zweite Mail an, bevor ich dann zum Schluss nochmal meine Meinung zu dem Ganzen sagen werde. Und so sieht die zweite Mail aus. Ich habe die mal wieder übersetzt, ursprünglich kam auch diese Mail in Englisch bei mir an und hier drin geht es vor allem um die Wiederherstellung des Betriebes von Juicy Feeds. So wird zum Beispiel davon gesprochen, dass Willem und die Anwälte einen Plan gemacht haben für die Umstrukturierung, was mich tatsächlich ein bisschen verwirrt, wenn Willem doch als CEO zurückgetreten sein soll. Außerdem geht es hier aber vor allem darum, dass die Gründer von Juicy Feeds angeblich 11 Millionen Euro in die Wiederherstellung des Betriebes investieren wollen. Dieses Geld soll hier in vier verschiedene Tranchen aufgeteilt werden und innerhalb der nächsten zwölf Monate in Pflanzen, Samen, die neue Plattform und vor allem auch in Marketing und Branding fließen. Außerdem spuckt Juicy Feeds hier auch mal wieder sehr große Töne, denn sie haben geplant, innerhalb von zwölf Monaten aus diesen 11 Millionen Euro über 100 Millionen Euro durch den Verkauf von Pflanzen, Blüten und Derivaten zu machen. Ansonsten wird in dieser Mail auch noch davon gesprochen, dass es in Zukunft Kameras geben soll, welche zum Beispiel die Pflanzen überwachen, sodass die E-Grower auch mehr Einblick haben und zum Schluss wird nochmal dazu aufgerufen, dass wenn man besonders verzweifelt oder hoffnungslos ist, dass man sich weiterhin bei refundatjuicyholdings.com melden soll. Soviel nun also auch zu Mail Nr. 2 und nun kommen wir nochmal kurz zu meiner persönlichen Meinung zu dem ganzen Thema. Und als erstes würde ich gerne sagen, seid bitte weiterhin absolut vorsichtig, wenn es um diese refundatjuicyholdings.com E-Mail-Adresse geht. Das ist dieselbe, die hier auch auf der Website genannt wird und wo gesagt wird, man soll dort ein Video hinschicken, bei dem man seinen Ausweis in die Kamera hält und davon kann ich weiterhin nur abraten. Gebt diesen Leuten bitte nicht noch mehr private Informationen über euch, mit denen theoretisch weiteres Schindluder betrieben werden könnte. Wenn ihr dort also schon unbedingt eine E-Mail hinschicken wollt, dann sollte es meiner Meinung nach vollkommen ausreichen, die Informationen anzugeben, die Juicyfields sowieso schon über euch hat, um eure Identität zu verifizieren. Ansonsten nun die große Frage, vertraue ich diesen Mails und was darin über die Zukunft von Juicyfields und über das, was passiert sein soll, gesagt wird? Und da gibt es ein klares Nein von mir. Ich habe wirklich gar kein Vertrauen mehr in Juicyfields. Außerdem gibt es meiner Meinung nach auch viel zu viele Dinge, die sich damit einfach nicht erklären lassen. Wie zum Beispiel, warum sind alle Socials down? Warum wurde in den vorherigen Mails von Willems Rücktritt gesprochen oder darüber, dass kein Geld mehr da ist? Warum wurde der Teil mit den Schickt-mir-eure-Ausweis-Videos gesagt? Warum wurde darüber gesprochen, dass es einen Streik gab und so weiter? Und nun kommen diese Mails von derselben E-Mail-Adresse, es wird eine komplett neue Story erzählt und nichts von dem, was davor gesagt wurde, von derselben E-Mail-Adresse wird in irgendeiner Weise korrigiert. Das macht für mich wirklich gar keinen Sinn. Aber gut, ich glaube, es war persönlich wirklich nicht, aber gehen wir mal davon aus, die Mail entspricht komplett der Wahrheit, alles ist die Schuld des Grafen und Juicyfields selbst wäre kein Scam. Denn gibt es trotzdem noch diverse Dinge, die absolut nicht gut aussehen. Das Geld ist zum Beispiel weiterhin eingefroren, um es zurückzubekommen, müsste man mit Behörden zusammenarbeiten, was in der Vergangenheit, ja siehe BaFin, nicht gerade allzu gut geklappt hat. Außerdem, wie gedenkt man überhaupt, innerhalb von einem Jahr aus 10 Millionen 100 Millionen zu machen? Und das, obwohl, wenn das Ganze wieder öffnen sollte, sehr viele Leute nach den letzten Ereignissen wahrscheinlich ihr Geld sofort abziehen würden. Warum will man außerdem einen Großteil des Geldes in Marketing stecken, anstatt erstmal die vorherigen Probleme zu lösen, die Nutzer zurück zu erstatten und die ganzen regulatorischen Dinge mit der BaFin zu regeln, die ja dann auch wieder für deutlich mehr Seriösität auf Seiten Juicyfields sorgen würden. Für mich macht das, was hier gesagt wird, also weiterhin wirklich gar keinen Sinn, mal ganz abgesehen von all den Dingen, die auch in der Vergangenheit bereits sehr, sehr dubios wirken. Falls du darüber übrigens mehr erfahren möchtest, dann check gerne mal die Videobeschreibung ab, da werde ich nochmal zwei sehr kritische Videos verlinken, die ich auch damals schon mal zum Thema Juicyfields hochgeladen hatte. Das soll es nun aber auch für das heutige Video gewesen sein. Falls dir das Ganze gefallen hat und ich dich auch weiterhin auf dem Laufenden halten soll, dann lass lieben gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zu diesen neuesten Mails unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video.